ja okay gut jetzt starte ich mal okay da läuft doch schon wüsste so warum habe ich hier 304 sind doch kaputt und nix hier so okay gut was ist das hier auch nicht so das ist so das ist was passiert ist ich habe gerade mal auf Soundtrack hier, 1, 2, check, check, hallo 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 ich habe gerade mal auf Soundtrack hier, 1, 2, check, check, hallo 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 äh, wird schon funktionieren, so die Bitrate instabil, warum ist instabil, Bitrate so, der SWAT, Dracke, Yankee äh, hi, moin, grüß dir warte mal, Dracke so, jetzt habe ich das mal ausgemacht grüß dir, grüß dir sorry, ich bin gerade noch ein bisschen am einstellen ich habe heute mein Rechner gerade mal neu aufgesetzt und jetzt muss ich das ganze hier OBS und alles wieder neu einstellen sorry, geht gleich los ähm haben wir ähm machen wir das hier mal runter so moin 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 die follower hatte ich nicht noch mal mehr nein nein, okay so sagen wir mal unten jetzt was mache ich denn jetzt ähm ich muss ja das mal in Discord gehen das ist nicht meine Frau ja und dann geht's los Leute so ähm mal gucken wer noch alles kommt von den Leuten die ich jetzt kenne weil äh mir ist folgendes passiert ich habe meinen Rechner neu gemacht und jetzt machen wir jetzt mal eins nochmal dann hörst du mich eins zum mod rein ich rede mit dir wieder? ja ich rede mit dir hast du Discord an? hörst du mich? und warum gehst du mir keine Antwort wenn ich dich frage und du mich hörst? hör bitte ich hör dich nicht unterlösen dran warte ich gucke warte warte ist doch immer was das gibt's wohl nicht was du drin gehörst und warum hörst du dich ja das ist wenn du wenn du Computer neu machst hast du immer ein Problem dass immer irgendwas nicht geht so ok und was hast du gesagt? hi wer? danke ach der Trage ja der hört dich ja gar nicht grad mach mal deinen Discord aber zack ich aber heute noch da unten rechts das grüne Punkt nein ja so Rädchen Sprache Video links in der Leiste links in der Leiste runter 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 stopp also aha so ja und wie könnte das passieren? weil ein Kopfhörer wieder in einem anderen USB steckt oben Kopfhörer raussuchen Razer aha nein GameCapture HD ich sag der Razer ja und das letzte sag mal bleibst du noch drin? äh weil wenn du den USB änderst ach so okay genau so okay das haben wir jetzt auch erledigt kannst du wieder hier raus jetzt kannst du raus jetzt kannst du auch die Leute begrüßen weil jetzt hören sie dich nochmal einen guten Abend an Trage an den Trage Yankee oder Yankee ja und zwar wie viele Leute haben wir da und dann hat das maulfussel ich babbeln und das Gokone do was haben wir denn hier so äh okay doch so viele okay gut na gut egal so sei es ähm erfolgendes ist passiert ich äh na wie immer ich hab da wieder hier so ein bisschen äh ein bisschen toxische äh so Dinge halt toxisch ich war sauer ja ja ich war sauer so dann hab ich mal ein Computerblatt gemacht komplett Festplatte Partitionen alles gelöscht gelöscht blablabla und was ist das die Installation der Gerätesoftware ist auch geschehen so und dann ist folgendes passiert dann ähm ist ja alles weg und dann hab ich alles wieder neu drauf gemacht und wo ich dann alles wieder neu drauf gemacht hab ist äh äh merkwürdigerweise von Steam der Spiel stand nicht mehr da von Seven Days wer hätt's geahnt also was müssen wir machen wir müssen Seven Days neu machen also haben wir was zu tun oh ja oldrieö ist der Query was ist denn der Query was ist der Query was ist denn das jetzt hier ich krieg hier warte mal ähm ich gucke mal das waren die die Entityken machen hier in die Wunschliste dann gucke ich mir später an so okay so wir starten jetzt Seven Days ich hoffe das jetzt alles ein bisschen besser läuft weh weh was ich bin auch so in deinem Mikrofon Mädchen ja du machst ja du bist du besser ja ein bisschen unter den Mund oder so gut so sag mal was naja es geht so so okay gut so jetzt Spiel ist es gestartet mal gucken oh so jetzt muss ich nur irgendwie wieder hinkriegen das ähm ähm das das Spiel über so da haben wir es so Tommi grüß dich Servus mein Lieber Hallöchen Tommi ähm dir äh genau ein schönes Wochenende so äh Tommi ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast ich hab heute die ganze Tag da gesessen ich hab mein Rechner komplett platt gemacht also richtig ich hab alle Platten leer gemacht bis auf die Platten wo ich meine Software habe zum installieren alles leer gemacht alles leer go jetzt machen wir mal ein bisschen runter so und danke Tommi naja auf jeden Fall äh bin ich dann heute mit auch noch hergegangen hab mir noch eine SSD Platte gekauft die Black Knight ist auch da grüß dich Black Knight gute dir auch ein schönes Wochenende die und deine Familie hier so auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen ein Rappel gehabt und hab mein ganzes Computer platt gemacht hab mir eine SSD Platte geholt ne also wieder eine Platte wie ich die Gitti gegeben habe hab ich mir so wieder geworfen 35 Euro das war nicht teuer wollte mir aber als erstes eine M2 eine M2 kaufen so ein bisschen rumgedealt im Mediamarkt aber mein Geld hat einfach nicht gereicht obwohl wir gedealt haben noch und nöcher ich hab die Platte nicht für irgendeinen Fuffi gekriegt war nix zu machen also ne dieser M2 äh Platte da oder dieser M2 Stick oder Riegel oder wie man das nennt naja gut egal auf jeden Fall ich bin jetzt heimgefahren hab da nochmal einen Rechner neu gemacht ähm hab die Spiele installiert hab OBS wieder gemacht und nö man sieht es ja so ein bisschen am Layout das ist nicht mehr so wie es mal war ist alles ein bisschen complicated und äh was mich da halt dazu gebracht hat war halt dieses Rumgeruckel von Farm Simulator 22 ja und ich bin mir nicht sicher ob es immer noch gut ist also ob es besser ist keine Ahnung auf jeden Fall hab ich jetzt alles gemacht hab alles wieder drauf und das erste was ich mit euch spielen will ist 7 Days so jetzt hab ich halt natürlich das Problem wer hätte es geahnt ich hab hier alles runter geschmissen jetzt hab alles neu installiert es gibt keine Cloud Speicherung von 7 Days to Die und ich hab kein Backup von meinem Safe Game so das heißt ich muss mit meiner lieben Frau Aua alles neu machen Wunderbar Deryl grüß dich auf dir ein schönes Wochenende Hallo so naja gut ich sag mal Herrgott äh ob neu beginnt ja was willst du mal weil äh ist halt so wie es ist ich mein hätten wir jetzt weitergemacht hätten wir auch gelootet und jetzt müssen wir halt alles neu machen also ihr habt neue Möglichkeiten ist doof aber kann man nicht ändern naja doof finde ich jetzt eigentlich nicht ich mein äh neuer anfangen ist auch nicht schlecht ne neue Bude suchen neu machen ne na gut ist zwar ein bisschen schade aber äh es sind halt neue Möglichkeiten da ne ihr könnt wieder äh äh auslegen könnt ihr uns auf die Fresse hauen und was auch immer ich hab die Zombies jetzt mal so eingestellt dass sie nachts rennen ne also geht die was hast du gemacht ja ja entweder oder ne entweder die oder wir oder äh ne gut äh den rotz hab ich gelöscht echt was wieso was hast du gelöscht warum hast du gelöscht Devil das hat was Gutes man weiß weniges ja natürlich man nimmt man nimmt ein bisschen was mit äh Black Knight so ähm und warum hast du das gelöscht den rotz was war äh gib mir mal kurz ein Statement sei so lieb und äh ja wie gesagt das geht gleich los ich äh gleich an also wie gesagt erst mal vielen vielen lieben Dank dass ihr wieder dabei seid könnt mir ja mal so ein bisschen Feedback dann geben ob Mikrofon okay ist wie ihr es kennt oder äh Sound vom Spiel ob es zu laut zu leise und ne so ein bisschen Feedback wäre ganz okay und wie gesagt dann euch noch mal vielen Dank dass ihr da seid ne ohne euch wäre das halt hier alles gar nicht möglich also nicht so wirklich ne weil ich wie gesagt ist halt so ähm genau so dann werde ich mal in die in die Zombie Welt übertreten ne also wir gehen in die nächste Evolution und zwar jetzt das ist immer das ist die nächste Evolution funktioniert nicht immer alles so wie man möchte zum Beispiel Mods sollten eigentlich funktionieren also ich sag's mal so es kommt drauf an was für ein Mod nicht jeder der Mods machen kann äh 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 funktionieren sie ne oder sind fehlerfrei oder von der Bedienung her keine Ahnung aber eigentlich sollte das gehen ja also wenn nehm ne gut jetzt sehe ich vorbei äh nehm Mods vom Mod ab ne die original im Spiel drin sind die sollten funktionieren und ansonsten so Fremdmods von anderen Seiten da wär ich vorsichtig ne kann gut gehen kann nicht gut gehen so gut was machst du da aber warum guckst du mir meine Fingern hast du grad geguckt weil ich bist du neidisch weil ich längere Fingernägel hab wie du nein nein bin ich nicht geht die lauter und leise ist sie jetzt lauter sagen wir was ich hatte was gesagt ist sie schon wieder leiser mit dem Spiel die nervt die brauche warum nervt ich warte mal ist das hier warte mal ich hab hier irgendwas das wir sehen das hab ich bei mir um nehm ähm hier wenn ich speichern bin ich ach du nix nehm ok nehm was denn was denn was denn was glaubst du denn schon wieder hin ich glaub ganz schon wieder hin ich hab ein Mikrofon unterregelt wenn es neu erkannt wird wie bei mir wie bei mir ok 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 so aber hör doch mal Aua tu mir doch nicht immer weh 100% was mach ich denn tust mir weh es ist 100% ach dann kannst du einfach nicht schreiß aber es war doch vorher ok doch gut egal ähm nicht schlimm ist gelöscht und nun bin ich im 19 hab ich mir auch überlegt ne es 19 zu spielen aber hm ja aber für was hat mir dann das 22er ne Lieblingsmap was ist das für ne map was ist das für ne map deine Lieblingsmap vielleicht machen wir das 19er drauf gut sei es drum ich äh fange mal an fange mal an lege mal los da kannst du ja den namen von deiner Lieblingsmap mal teil werden lassen und eventuell auch mal die mods die du vielleicht benutzt oder so so wir fangen an neue spiel ich habe zwar schon gestartet vorhin habe ich mal eins gestartet und äh bin gerade noch im tutorial ja also gerade noch so am anfang äh was lakeland valley ich kopiere mal das gerade mal kopieren ja so lakeland valley wo haben wir denn hier eine textdatei warte mal äh neu ach da waren ja auch textdateien ne ist egal so ntf gucken was das für eine ist ich guck mal die mal an so feichern ok so ok leute und zwar folgendes wie gesagt ich habe jetzt ein paar einstellungen gemacht könnt ihr mal mit drüber gucken hier black knight du weißt äh weißt du bestimmt um was sich dreht könnt ihr auch mal ein feedback geben äh vom mikrofon hier ob der der knolle hier funktioniert so auf jeden fall äh region europa äh genau nur freunde ist klar noch mal ein klein passwort da mal mit rein gut so so vier spiele wollen wir wer machen wir erinnert äh abenteuer ist also es ist nicht ganz unten ein bisschen mehr ne das hier wäre jetzt ganz leicht wir sind auf standard so zyklus bis jetzt 1 und 3 alles klar so 24 stunden zyklus habe ich mal ein bisschen länger gestellt dass man ein bisschen länger looten kann Dauer des tageslicht habe ich auch hoch gedreht ne da sehen wir ein bisschen mehr so äh Grundeinstellungen hier Blutmond Dauer ein Tag ne wenn der auf null ist ist aus ne und das hatte man mal hatte ich mal gehabt ich habe mich gewundert warum keine Zombies kommen so also Blutmond Dauer ein Tag äh Blutmond Warnung morgens so die Zombies tagsüber gehen und nachts und wilde Zombies bla 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 sprinten will der Zombie irgendwas keine Ahnung bla 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 bleibende Profile lasse ich ne ne wenn es mehr wird mehr joint das alles wieder da ist fortgeschritten wir verlieren nur den Rucksack ja aber der Gürtel unten der bleibt so Blutmond anzahlen bla 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 hier könnte hier cheat modus ist aus bleibt auch aus mehr spiele bla 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 so Hardcore Nobby Hardcore Niemals Niemals geht das überhaupt normale Krieger Überlebenskünstler Irre ist Irre über Hardcore Modus ne 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 wir sind nicht Irre auch wenn das anders da heißt ne 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 erstmal stand aber ich kann ja immer noch hoch gehen so fertig warum kann ich jetzt also wenn jetzt starten und starten weil zurück ich muss ja fortsetzen hier das ist das spiel ok gut so ok da machen wir mal ihre genau ja ja natürlich 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 genau irre machen wir wir spielen auch irre mhm ist irre mhm mhm wir können ja stufe für stufe hochgehen ja müssen wir nicht alles machen können wenn die wenn die Sarah hüpft vom Hauch aus dann springen wir vom Hauch aus ja ja natürlich das hätten sie gern das hätten sie gern so du bist so nett ich mach ich mal ein bisschen lauter so ne wenn der Verkehrser so der ganze Scheiß ist jetzt auf eine ssd-platte installiert mal gucken wie gut es geht gibt dir einen Ruck nein ich bin doch nicht irre und gib mir einen Ruck ha 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 ne 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 spiel du mal ls 22 dann ist Hardcore mein Freund dann ist Hardcore net ne ne das hat mich echt auf die Palme gebracht so ein Drecks und es hat ja sein können dass mein Rechner einfache Fehler hat ja durch äh durch langes Laufen, ne ficht man sich ja so manche sachen irgendwie und naja ist es halt so dass okay gut jetzt lassen was geht schon ein freund einladen das ist ja doch nicht so um zombie apokalypse devil spielfarm simulator 19 habe ich ständig wenn es läuft so eingeladen habe ich das müssen wir halt mal gucken wie es vom sound her ist du willst es doch du willst es doch auch so gut ihr müsst wenn du mal sagen ob das laut ja ja wenn das machen wir das alles mal ein bisschen lauter immer noch keinen fehler gefunden wie immer noch kein fehler gefunden ja wie gesagt wenn das spiel zu laut zu leise ist wenn ich zu laut zu leise bin sagt es ich kann das nicht immer so einschätzen auch wenn ich selber den stream gucke also auf dem nebenbild neben browser muss es nicht heißen dass das alles so sein soll wie es sein soll okay was ist hier beim schnell laufen weiter geht die performance in keller wenn ich schnell lauf geht ich die performance runter die schnitt ja gut ich roste dein dein problem ach so ich weiß es nicht ich habe mal kurz angemacht ich habe es noch nicht gestreamt sagen wir es mal so also bei mir läuft es auf meinem monitor läuft dass das macht keine probleme sobald obs an ist ruckelts ein bisschen ist noch ob die wenn es wenn ich aber dann den stream starte dann wird es aber jetzt richtig eklig okay ich mache auch gleich euch das ding dann an hier so mein motto ich wieder wusste wie der mutter reingeht das da unten mein wassersee und mein trinken und so und so im briefkasten gleich mal lesen okay so die lädt ja gut ist eine neue karte tut jetzt dass man eine neue welt war die kinderinnen und so meine welt und dann ich bin zu länger sondern schlafsack fertige nicht oder mal klein was hier zu spüren mit nur so leckt ein bisschen ich weiß nicht warum müsste ich vielleicht mit irgendeinem fleischzeuge bis die rundherum options video qualität benutzer definiert ich mache diesen blumen tiefenschärfe und bewegungsunschärfe das mache ich sowieso nicht oder einfach mal einen grafiktreiber ausprobieren so twitch interaktion hopp hopp wäre lust ja ja kommt 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 mal gibt lass mir doch mal eine chance mein freund bitte doch was ist denn los mit hier bist du heute auf krawall gebürstet ja kommt 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 so leckte slack so was ich nur gern wissen will ich schaute wir schauten das bei euch aus läuft der stream einigermaßen oder ich weiß nicht nur ihr könnt mir sagen so du bist da sie gesagt ja du bist du in die kreide oder so ok beides annehmen und stumm machen ok fertig danke so jetzt müssen wir uns irgendwie für ein auto bis 1,8 kilometer weg von mir die schlafsack und den ganzen die ganzen basics ist ja blut sofort alles was du da gerade findest ich habe zwei stück und das ist ja cool so die ganzen fahrer seine schuld soll noch holz sammeln da hier dann kann das nicht vielleicht schnell machen weil die fangen dann an zu rennen das weiste auch viele vogeln dass die hier sind doch richtig glück hat was ihr auch mal probieren könnt guck doch mal ob die sound alerts gehen wisst ihr was ich mein diese ich mach gleich das das noch an machs gleich noch an hier diese sound alerts ne dieses hey baby oder so den kleinkram wisst ihr was ich mein musste ich ja auch alles wieder neu in in twitch rein machen ne mal gucken ob es funktioniert welche map hast du gewählt welche map hast du gewählt welche map hast du gewählt ich glaube eine standard map standard einfach also irgendeine einfache ich habe keine gerent wie nicht gerentierla wie wie heißen das ähm zufällig machen lassen ich kann das nicht sagen ich weiß es nicht wenn ich es wüsste könnte ich mal sehen die maps haben so komische namen für die kanalpunkte ne nicht für die kanalpunkte das hat mit den kanalpunkten nichts zu tun ihr könnt doch bei twitch diese diese sound alerts könnt ihr doch äh äh da machen lassen ach ja kanalpunkte stimmt ihr kriegt ne ihr kanalpunkte habt ihr ja komm das machen wir schnell komm macht mal so ein sound alert direkt gar nicht das nicht irgendwie selbst nicht hier da was ist das ne die neue funktion warum komme ich denn bei mir aufs dashboard jetzt habe ich das zu gemacht die sind alle weg was sie sind alle weg moment ernsthaft jetzt ich habe doch ähm das extra eingebunden du sagst sie sind alle weg sound alert ne da sind sie doch fail äh play na ja doch da war doch natürlich geht doch geht doch sound alert das meine die meine ich die dinge da leute 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 so gut jetzt mache ich euch den krempel da an oder machen wir erst was warte mal äh die steinachs machen wir bam bam so machen wir jetzt steinachs jetzt jetzt bitte so ein scheiß rucksack äh schlafsack so jetzt okay danke so jetzt mache ich euch die kanalpunkte an wie nope wie bei mir nope natürlich gut so könnt ihr euren browser aktualisieren ich habe nichts kaputt gemacht die sind ja bei mir da wenn man mit der maus äh irgendwie auf das äh ding geht bin gespannt ob unsere punkte äh ich denke schon dass sie da sind so options twitch aber schon wieder ein bisschen eingestellt ne so aber eigentlich ok verbunden jetzt habt ihr halt die vier minuten ne ja geht die kummer hier sind sie doch auch am tablet ne guck mal drücken wir auf das komische ding machen wir sound alert über das tablet machen wir naja die tomate schmeißen ich hab das noch nie gemacht ja ok warte sound kann alles warum lecken das bei dir so gut im moment sowieso alles ein bisschen äh warte willst du das buch lesen äh warte es ist sperren ne spär kannst du ne also irgendwie stimmt das nicht du musst du aber somit der qualität runter das ist ein drecks tablet so wie konnte ich denn hier die maus aktivieren was denn da war äh weiß weiß was wie wo das zuschauer ich habe keine ahnung was sie ist damit kannst du so 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 okay äh ich habe äh eine hose pflanzenfasern und so weiter witzig ich glaube ich musste mit der mit der auch mit der ganzen qualität ein Stückchen runter dass das ein bisschen besser läuft ja 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 ich war ein stück weit ja unten das ist ein bisschen zu trockig wartet mal leute das hat mit euch aber nichts zu tun video ultra hoch mittel ich war im mittelbereich ich war im mittelbereich gewesen dass das mit dem stream funktioniert äh bewegungs und schärfe aus anwenden so hier waren wir gewesen glaube ich so jetzt gut was habt ihr der will 104 ja ich weiß nicht warum das äh 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 alter bei fran ja äh guck mal wie er schön redet wie er so einfach schön redet so 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 okay so wir brauchen eine pflanzenfasern und Hose ähm ähm na la ki 81 gute grüße schönes wochenende jetzt bist du da so laut ich okay es funktioniert aber so ist denn die korn müssen wir mal aufschalten was ist haben wir hier das muss jetzt mal in holz knüppel brauchen wir schnell gar nichts nichts wir brauchen den holz knüppel sehr schnell weil ja ja bogen ja weil die die werden nicht lange auf sich warten lasse ich kenne die doch genau das können wir dann zusammen machen händler finden schutz mach was du machen muss ich bin jetzt deine deine richtung der ets morgen grüß dich herr magie grüße reicht mir dann den ohr jetzt ist jetzt wieder so laut die knüppel immer weg weil hat einen anderen mod hat noch ein motto hat mir die temperatur gesehen ich muss mal gucken was es so noch gibt so leute sorry dass ihr die punkte weder wieder abgenommen gekriegt habt nein die waren immer da ich habe das gelöscht ich denke mal die werden mit mit irgendwie dem safe gespeichert okay ja gut habt ihr habt ihr habt ihr wieder was gelernt ich finde es gut wir können unser kleines leder das machen wir noch dann haben wir die steine noch dieser temperatur weil das schon ganz gut ja wenn ich die temperatur sehen würde weil wenn du ins schneegebiet gehst oder in das gebiet wüste und so dann weißt du agrafen ich böse von neun tommy tommy ist es nicht grüß dich habe ich dir ein schönes wochenende gewünscht tommy ja und zwar ist es ja so wie gesagt habe ja mein rechner neu gemacht habe es ja so ein bisschen in discord geschrieben und naja wie gesagt und dadurch sind halt garten verloren gegangen ich habe gedacht das bleibt irgendwo gespeichert aber was halt komisch ist ich hatte aus irgendeinem grund ich weiß nicht ob das ob das von seven days so ist ich habe ich keine ahnung ich hatte die safe games nicht auf der steam cloud weiß nicht ob man das ob das die das rausgenommen haben oder ich habe ich keine ahnung ich bin gerne antworten und ab ins ohr ja 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 so gut geht ich bin auf dem weg zu gehen wie viel uhr haben wir dann 11 uhr 31 da ist mein erstes ja funktioniert die haben mich erschrocken ets hat losgelegt er kann es sein lassen der kleine bank hier ist ein holzhaus ich gehe kurz luten und dann ja ja kurz nein du bist immer noch 1,6 kilometer weg du kannst ja auch mal so richtung zu mir marschieren ist das soweit alles gemacht was sie gewollt haben geht das schon wieder los sie wird bevorzugt und warum hätten bonus ne du weißt doch gar nicht ob sie titten hat und wie groß überhaupt oh gott ja 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 guck du ls 22 liebhaber so jetzt habe ich das gegeben so ich mache jetzt ein briefkaste leer wäre vielleicht auch einer so knetig und wird wie mir eine waffen kiste schicken wie ooo was heißt ja hallo wir sind schrank die wir auf ins mikrofon zu schnaufe und haut bauen das ist geil benutzen ja das ist die toilette ok da habe ich schon mal die tue jetzt kaputt gemacht das ist bestimmt was ich decke jetzt schon überladen und weiß nicht mal warum so das nächste was ich mir hol das sind endlich mal gescheite lampen auch kommen wasser auf wieder geschickt und ich krieg wieder nix ich bin ja nix das ist mir egal was ist denn jetzt los ja nee du brauchst dich gar nicht anzuschleimt du kriegst ständig scheißdreck ich krieg gar nix ja ich kann ja ich kann ja auch nicht so zu naja ist die musik bei dir auch laut das ist ja überhaupt keine musik ich mag das nicht das ist doch ohne das kann man jetzt mal knallen ich will holz habe ich dann wenn du sie gehst du hörst gar keine musik dann müssen wir das bei denen reichstelle gehen okay finde ich eine frechheit ich höre musik und die musik ist jetzt nicht gerade lustig doch jetzt hörst du was hast du dir leise gestellt ich mich auch hallo möge sie mögen sie rauskommen bitte hallo fröhlein ich habe die tippe schon gefunden du hast die bekomme wenn du kannst aufsätze kannst du die halle schneiden und also die die nicht die 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 bei mir ganz fantastisch total happy relaxed alles alles gut ja ich wollte nur mal kurz das haus aha kommst du mir eine trottel was meine ganz gemütlich für kiste der ganze davon ein bisschen was bist du für eine ist so ein komisch großes und was hast du bis jetzt alles gefunden wenn ich brauche der besser gesagt ich bin gekriegt ja ich bin auch voll und hab nur müll ist er schon wie der arne ich muss ja mal hoch aber ich wollte mir das auch nicht wieder er hat den kaputt geprüggelt so jetzt jetzt dann stelle ich hier raus aus dem schweiß laden so bist du denn das juckt mich schnitt oh god im haus das nobby gleich ab ins bett wie höh wie wo was gleich abends wird da muss man muss doch alle paar sekunden kriegst du doch punkte dazu und da sind die leute die nicht abwarten können also ihr habt die möglichkeit ihr könnt entweder schreiben und früher abhauen dann kriegt er mehr punkte oder ihr macht die tastatur ab und ich streame für euch dass ihr punkte kriegt das könnt ihr euch mal so wie ihr wollt ihr könnt auch beides von gar nix es geht natürlich auch beides von gar nix genau so wichtig das ist wichtig nur so viel haben wir jetzt loskriegt naja okay aber besser wie gar nichts okay ich bin unterwegs habe noch 1,7 kilometer 1,4 habe keine tastatur also los ja dass wenn ihr keine tastatur habt dann müsste bei mir bleiben und dadurch das hat gefällt die liebe gel ja ja ich bin euch doch ich kenne euch ja ich habe auch keine unglaublich die ist im haus verstehst du die ist im haus anstatt mir erst mal sich irgendwie findet ein kleines haus klar ich mich doch nicht so an ja ich muss ja auch mal was zu essen suche aber du bist ja voll genau ich brauche die gar nichts zu geben dies voll ihr könnt mir geben ich habe noch ein bisschen platz keine fälle mehr keine pfeile mehr 77 40 der levy ist da levy grüßt sich grüßt sich gute auch danke die will auch ist es machst du das jetzt nur aus mitleid so sorry ich habe zu spät gelesen levy grüßt sich ich habe mein computer neu gemacht weil ls 22 hat mich sowas von angekotzt und habe mir noch eine ssd festplatte gekauft wollte mir normalen m2 kaufen bin aber mit dem typen bei bin aber mit dem typen beim mediamarkt danke der nicht ins geschäft gekommen weil ich hatte nur 50 danke tommy hatte nur 50 50 euro dabei und der wollte unbedingt 55 der hat sich auf nix eingelassen naja da bin ich halt hergegangen und oder also bin dann halt hergegangen danke 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 wäre gut und naja wie gesagt auf jeden fall habe ich mal dann wieder eine sd platte geholt habe man ganze rechner neue wieder neu aufgesetzt die ganzen festplatten partitioniert und 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 ls glaube ich leckt immer noch ich werde mal versuchen einen älteren grafiktreiber drauf zu machen und dann mal gucken ob man irgendwie keine ahnung ich weiß kann es auch taschentüche schicken nee du lass mal gut sein für deine taschentüche sind wieder bäume gestorben und das ist dann auch nicht nett nene lass mal was machen so wie gesagt ich habe mir muss einen neuen spielstand anfangen black also levy weil durch das wo ich hergegangen bin und so schon alles weg gemacht habe sind natürlich auch die punkte von den zuschauern weg ist ein halbes leid geteilt das leid so auch jetzt auf einmal kommst du mein gehe ich warum doch doch ich höre dir zu nur ich will der irgendein haus aus stein ich will keine holz putze ich will stein das sind es nur noch dachte ich hätte millionen ja nix aus der millione ach so hast du mal deine frau freundin frau frau bescheid gesagt zwecks hier play sie auf die reise schicken oder so ach guck mal da kommt die grenze bagger die grenze bagger ach da unten ist die stadt geht die bei mir ist die stadt das ist nun beim zombie ich will das hohen ja die lachen das ist essen das ist essen auch das sagt du derzeit haut das hohen ab auch ja das ist der zombie läuft da macht es heute schulen macht doch nichts wenn ich da angerannt kommen machte so auch das hohen ab so also wir haben hier schon mal eine stadt ich schon mal ganz gut muss ergeben sagt ja genau und diese musik ist mit erschreckend ich will die aussahmlich auch bobbel die gt spiel doch auch noch mit lass mich doch mal in ruhe das gut so auch gott schon so ein schluck kaffee trinken ja wie gesagt ist zwar jetzt ein bisschen schade habe zwar für den spiel stand hier den habe ich verloren habt ihr noch mal ein bisschen bei steam nachgeguckt aber irgendwie und so dass bei steam vergessen die haben keine cloud speicherung oder black knight weißt du das gibt es für das spiel eine cloud speicherung bei steam weil du kannst du noch mal dem spiel bei steam sagen was er in die cloud speichern soll oder nett und da war gar keine auswahl da bierbach paule ja ja das kann auch so keine ahnung ich könnte jetzt mal so ich kann jetzt bei gelegenheit immer zeichen wenn du das bei gelegenheit immer zeichen ja ja nix aber ich bin gespeitlich aber jetzt moppel schön das hier ist er hier der herbert bierbauch auch noch ein paar da kam mir ist noch ein paar du hast da irgendwas am gesicht jungen so geht schon wo bist du warum haust du ab ich komme doch zu dir ja ich bin so schlecht zu dir aber ich muss den eben gerade mal abhauen ich gehe dich nicht abhauen du bist ein zombie kämpfer ein zombie killer der ist halb der hat keine beine der krabbel da ständig rum wie von walking dead der eine und fahrrad jungen hola so war dann die city bin ich einfach weiter da vorne kenne mir doch da ist doch wieder näher du bist in der fast in der nähe von der stadt du bist bei mir nicht bauen ach gott das ach du meine güte siehst du aus du hast keine schuhe du hast keine hände du gehst du besuch ich mache derweil mal das nest du wurdest ja bevorzugt hier im spiel nicht so wie ich dann bleib liegen du kasper heini was musst du erst einmal du merkwürdigerweise ich kämpfe um mein leben will gucken dass wir überleben und immer immer hört man bei dir ich muss dann erst einmal was du vergessen womit wieder aufzusammeln nee du machst ja neu und legst ihn dann ist gut achsel schleiche achsel ziemlich eklig auch gott wenn du zombie ganz ganz ehrlich wenn du wenn du hier in frankfurt leben würdest offenbar frankfurt was denn okay wenn du hier in offenbach frankfurt leben würdest wärst du an sollte gestalten gewöhnt ach so stimmt mir das auch jetzt nicht naja viel fehlen tut aber auch nicht mehr das ist nur eine gewöhnungssache ja wie müsste zum händler nee ich muss noch eine rahmenform verbessern warte mal hast du das noch nicht gemacht nö ja du warte mal ich schau dir jetzt erstmal paar neue hier dann mach das mal ja geh mit dann kriegst du auch punkte du aber wie die da steht mach das ja ich will doch noch zeug machen zeug hin und her laufen tust du was für zeug sie will zeug machen ja nicht mal fragen muss mit dem waffen liefern et cetera hab ich glaube dann aber wie kann ich wählen wem es ist mit den zahlen hinten dran also ich so wie ich mitgekriegt habe die black knight hat es gerade beschrieben da ich der host bin gibst du einfach nur den befehl ein und wenn es für meine frau also hier für die gitti sein soll setzt du einfach eine 1 dahinter der befehl ein leerzeichen ein leerzeichen und dann die 1 dahinter und dann ist es für sie ja danke wer war das jetzt lucky ja guck ach komm komm ganz ehrlich nein nein ich tue euch alle time outen wenn die geht ihr jetzt noch mal was kriegt ja und ich krieg nichts dann tue ich tue ich denjenigen time outen und dann könnt ihr nicht schreiben dann kriegt ihr keine punkte so was hast du was hast du denn gekriegt okay mehr nacht sich brille und messer darf ich das buch lesen ja 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 darf ich das lesen ja ja klar 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 gut das darf alles lesen mein schatz was du möchtest ja ja du mich auch du machst du machst immer kleiner hast einen platz mehr so komm mal lass uns mal jetzt in die stadt gehen ich hab keine zeit hier ja wir müssen die kise bauen die kise bauen wir müssen erstmal einen platz wir müssen erstmal einen platz finden wo mich was ist denn da vorne das ist holzhaus da kannst du drin wohnen ja ja ich weiß wo du meinst ganz davon ist das kranke haus da kannst du alleine hin machen doch ich hab die strikle durch hühne 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 ich will den baumarkt so der kriegt schon mal kein time out ich gebe dir mal ein besseres knüppel ich gibt ja auch ich gebe ja auch was ab wenn ich was da ohne guck jeder ohne liegt genau vor dir und das nimmst du auch in die hand und es geht besser aber braucht zum reparieren eine rohe glaube ich so dankeschön tommy du wirst von mir kein timeout bekommen vielen dank bei den anderen die kommen mir auf so eine blacklist ich habe hier so eine kleine blacklist hier ist mein cooli dass er das auch sieht hier ist mein cooli ja ich habe hier eine kleine blackliste und da habe ich schon ein paar namen draufstehen nein davon ist nun das rente im zaun gut ich mache jetzt erst mal sehen mach du den zombie wurde wasser der will die hühner die hühner die das gibt sehr gutes essen das gibt gutes essen was machst du mit dem zombie was dauert gar so lang dann verhause doch ordentlich doch gott es gibt so sieht es aus das ist mein baumarkt das ist mein baumarkt da ist mein baumarkt da habe ich immer gewohnt immer immer ja das ist unsere alte wohnung hatten aber ich weiß nicht ob ich da wohnen will wenn ich ehrlich bin das ist groß aber für die erste nacht müssen wir es sichern gegeben müssen wir aufs dach hoch die die mir habe gleich 18 uhr ich weiß nicht wann die rennen er macht doch auch mal hast du gläser lehre lehre gläser dann füllt die mal bitte am wasser und er ist doch gerade hier unter der brücke ja ich war gerade und da ist keiner niemand dann mussten verhauen ist ein zombie spiel schmerz mit der rechten maustaste musste an drücken der bobo wackelte auch was im bau die hatten dann recht auf den gang geht die 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 ihren straffen gang abbildern dass wir irgendwie aufs dach hochkommen um irgendjemand ich muss das erste mal hier oben die ganzen zombies verprügeln dass sie wo bist du wenn wir die sprache ob es die party und nicht ohne am auto am hof was hast du gemacht ich habe doch gesagt wir müssen erst mal aufs dach sichern auch jetzt kommen die alle hier oder was habt ihr so noch alle oh gott ja hast du alle angelockt du jetzt hast du alle angelockt ja da ist es passiert ja ist mir schon klar dass er alles passiert schnell auf was wie schnell ja ich kann rennen das ist alles aber hier von meiner mauer genau jeder aussie ist jetzt wäre stolz auf mich ich verteidige unsere mauer im schlafsack schlafsack jetzt kommt der noch mit weißt du ich kämpfe gegen hunderte von zombies millionen und jetzt kommst du mit so einem abgebrochene haa handel da unglaublich kommen immer die steine da weg sonst kommen die da hoch was ja dann holt ihr dann rucksack wo hast du denn da ohne hier an der leite ist ein leiter an der wand aufs dach wie verrückt ja genau leg du ruhig stein rucksack das heißt zwar schlafsack aber leg du ruhig stein rucksack ich hab mal hier oben hin dass er nicht gleich hochkommen wenn was ist und dem haben wir auch mal hier und jetzt so schlafsack genau das ist eine gute idee die klopfen da ohne mann hier drinnen verstecken mein schlafplatz habe ich genommen mein schlafplatz habe mir aufgelegt wie wir klopfen da jemand der kann kloppen so ich bin mal hier meinen schutzblock so ist gerade mal gucken aha das ist nicht gut er hätte weiter zurück gemusst ja 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 das ist so hoch das ist hier vorne kann ich mir neuen bauen so ich bin mal meinen schutzblock wo ist er denn jetzt was mache ich nichts mich lässt in ruhe ist denn da los also ich stelle dann ist nehmen wir müssen jetzt erst mal vorher mal lagerfeuer es macht wie du wie du denkst aber macht macht die liefern ressourcen auch noch in lange ag danke danke wie kommt es dass ich ressourcen kriegst hat geteilt werden will ich sein geteilt werden gibt es zu ich verstehe das ich verstehe das aber nimm bitte toiletten papier mit so ich habe hier ein grill größten topf gern hast du ja dann können wir das ding okay so ich mache mal hier was machen wir meine kiste auf wie viele kisten hast du dahingestellt ja ja okay also handtaschen lippenstift und den kram okay und hier männer eine kiste für alles ja 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 wo ist der topf da so topf da rein so hast du wasser die wasser ich mich ich mache jetzt erstmal hier wasser was er kommt was er kommt was er kommt wie gekocht ist nein drübe ich hause ich verhause du passt mal auf ich hatte gerade mut anfallen ich gehe mal karte von toilette ich bin gleich wieder doch Untertitelung des ZDF, 2020 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 unter wasser hier hast du was zum schießen hast du was zum schießen ja genau 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 doch ich habe gegessen doch heute mit okay und mir kam es davor so dass ich nichts vergessen mehr kriegen wir drauf ich habe auch so ein knüppel willst du eine pumpe das entlegte sind die erste kiste unten was kann man denn noch essen eierfleisch große bieren chili mehr essen bier munition und die 9 mm sogar oder ohne ins ging gelegt dass wir zerlegen habe ich ein rohr einst gehabt so schatz dann wird ich sage oder man ja ist auch fünf trinken drin nehmt ihr mal drei trinken aus dem feuer danke denn danke danke devil jagdgewehr geht ich habe hier ein jagdgewehr macht aber nur einen schuss und noch immer so ein rügel dann nehme ich mal auf wissen ja gewähren ich glaube nur vier schluss dazu holt jetzt aus der kiste raus das wasser hast du auch ausgeholt ja ja genau und die vier schluss so gut wir können ja dann noch mal runter munition geliefert wo hat sie halt ich habe hier für dich mehr hier hast du schon mal schrot welt schluss glaubt im hals staub im hals ja ich sehe gerade mein screen ein ganzes flackern ja das ist so das nächste was ich mir besorgen muss eine richtige beleuchtung das ist jedes modus das ist so nervig leute ehrlich was ist das für eine teilerei black beschwert sich oder brauchst du dich gar nicht so beschwert gar nicht wir teilen immer ok haben wir ja wir müssen ja gucken wie wir zusammen hier überleben sorgt schatze dann würde ich sagen wir gehen mal hier ohne naja sei sei halt vorsichtig was 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 ob da war nun da draußen und gehört oder mal ich mach muss die haben wir auch hier rein geprügelt ich habe vergessen die können ja rennen gd ob man drauf und was geht hau drauf und ruf auf den dg jetzt wissen wir den hund noch platt mal und was heißt gerecht geteilt ich meine ich bin fürs essen verantwortlich die braucht zehn schüsse dass er drei trifft lassen wir mal das wasser drin der ist hier drin der hund ist hier hallo hundi der tür auf macht da hoch da schatz ich gehe aus wo bist du ich bin raus ich will nicht dass er die tür auf macht wo ist er aber den hund habe ich mir drin draußen den zombie auch bist du verrückt bist du verrückt ich bin nicht so warum wo hat sie sich erwischt draußen im hinterhof ja man ja ja hilfe hilfe ich habe blut Oh Gott. wie auch gott die sind hier oben geht die kamen durch ist noch ein hund da ohne mann klick 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 ja 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 die idee zu kommen nur du hast alle gelockt doch mal auf jetzt da drin ich bin raus schon wieder weil ich die zombies töten muss vom trainer bleiben in die netto auch da ist noch so dass er noch so eine was ist es hier ich bin infiziert doch noch hoch es ist einfach nur ich muss erst mal meinen was lol gidi wie recht sie hat womit hat die gd recht also ich sterbe oder was keine ahnung erzählen was für die brille angezogen nacht sich das noch ein hund wo sind wir alle jetzt ich komme zu dir das blend das licht das ist nicht wahr ja und die stein chip geht immer ab in nimmt das hohen mit dem messer mit der hacke der kaputt das licht blendet damit wir gerne nehmen wir haben hat der star genau jetzt müssen wir erst mal den zugang nach hier oben zu machen irgendwie hier sollten eisen weg die ich glaube wenn man zwei stück weg macht dann kommt ihr nicht hoch ne irgendwie so war das doch nein da oben Ah, Mann. Ich bin sicher, ich kann dich auch schon. Ja. Ich mach beides. Wenn der unter der USB rausgerissen ist, dann weißt du, was passiert ist. So, ja gut, okay, so dann, ja, wir müssten hier den Scheiß, müssten wir auch wieder zumachen mit, ah, hier ist doch Pflasterstein, man kann doch die Schaufel wie doof, wo ist der Scheiß, hier zerlegen, Werkzeuge, Steinschaufel, zack, zack, warum, Prinz, so, Kali, Asyluna in Ruhe gelassen, oh, Pflasterstein, das hier war, glaube ich, Zement, ne, die Säcke sind, Zement, genau, die blauen brauchen wir, das die blauen sind, ähm, Pflasterstein. So, allzu lang bin ich aber nicht mehr mache, mehr oder weniger wollte ich heute noch ein bisschen streamen, weil ich hab noch ein bisschen was am Computer zu tun, Grafiktreiber will ich noch mal ein bisschen rumprobieren, ob da irgendwas ist, weil ich seh grad bei mir ist, äh, von der Performance, ist das alles irgendwie anders, da, keine Ahnung, äh, noch mal grad, wenn ich hier Windows drücke und gehe mal auf den, kann ich auf dem Desktop mit Windows.de, ja. so, warte mal, das ist es nicht, was hast du für Probleme? So, anpassen, ja, das ist ja, Windows D, Windows D, habe ich gesagt, genau, nicht so, wenn das Mikrofon GD, 60 hört, so, ist so, auf 60 hört, so eingestellt, so, naja, wie gesagt, ist alles ein bisschen komisch, so, ich bin auch grad am wegschippen, wir brauchen Pflasterstein, geht, sind diese blauen, äh, diese blauen, großen, großen Säcke, das ist zum Sichermachen, ich suche dann danach, aber machen wir dann neu oder so, ich mach nicht mehr lang, will noch ein bisschen rumprobieren mit Treiber und LS22, aber auch nicht mehr so lang, aber es war cool, dass er wieder da war, also, war echt nett von euch. Und dann habe ich hier Frame Einbrüche, warum denn, warum, was ist dann mit dieser Grafikkarte los? Es dürfte 0, da dürfte 0 passieren, gar nichts dürfte da einbrechen. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Hat die eine Macke oder was? So. 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 Ja, wenn jemand fragt, der Biene hat es kaputt gemacht, so. Der Biene hat hier mit C4 rum gebombt, wenn jemand fragen sollte und dann musste man neu anfangen, so. Wie mit dem, das sind die Schuhe. Der Biene hat sich nicht die Schuhe. . Das ist nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist die Küche, da gucken wir gleich. Wir bauen hier Kisten. Hier müssen wir doch noch rein. Ja, Schatz, hast du Pflastersteine einstecken? Ja, 70 Stück. Da unten, die Pflastersteine. So, Rezept. Na ja, das wird dauern. Ja gut, komm, lass uns aufs Dach hochgehen oder sonst feiern. Nee, 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 lauf du mal zurück. Noch mal zurück. Oder wo bist du? Dann komm mal hoch. Gut. Also, kommst du nicht hoch? Das ist gut. Also, funktioniert, oder? Geh mal weg. Weiter. Jetzt. So, jetzt kannst du. Ähm, was wollte ich noch machen? Ja, da musst du ein bisschen mit Anlauf so tun. Oder? Genau mal ein Stück zurück, dass du so ein bisschen in das Moment. Genau, jetzt so darfst du es. So, ich nehme hier unten den Klotz weg. So, ach, ich wollte hier noch eine Tür, wollte ich noch machen, ist gut. Äh, so, die Klappe fertigen. Ich nehme mal hier alles mit und tue das mal bei dir rein, wo ich sie gruselkiste. So, was haben wir dann hier? Okay. Hier ist Wasser drin. Ah, hast du aber schon gut abgeguckt hier, wie ich das sortiert habe? Ja. Also, gut gemacht, hast du gut gemacht. So, da haben wir leere Gläser. Äh, äh, sowas hast du da, hast du Essen drin. Machen wir das auch mal dazu. So, das Fleischdosen würde ich eine eigene Kiste machen. Ja. Was hast du denn hier drin? Nix. Äh. Äh. Papier oder was ist das? Goldroten Tee. Was haben wir denn noch so? Ähm. Das Ding brauchen wir nicht. Das Ding brauchen wir nicht. Das ist Munition. Warten. So. Na, ups. Entriegeln. Ach, da bist du gerade dran. Okay. Okay. Zwei, zwei, drei, drei. So. Okay. Ja, zerlegen geht die. Nicht wegschmeißen, zerlegen. Ist besser. So, du machst mal die ganze Munition weg. Das ist gruselig, hast du gesagt, ne? Lebeband und Grill haben wir ja noch. Das ist Essen. Äh. Hast du ne Waffenkiste oder sowas? Noch nicht. Warte mal. Lassen wir da rein. Das, das. Warte mal. So. Dann haben wir es gleich. So, Essen. 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 Gewehr. Äh. Essen hier. Ja. So. Okay. Machen wir hier weiter. Ah ja. Jetzt darf ich. So. Ähm. Le. Ist egal. Ist egal. Ich tue jetzt erstmal da rein. Bonik. Ähm. Wurde mal mit in die Essenskiste. Aber nicht essen. Das ist mehr honisches Medizin. Ja. Ja. Äh. Ich hab noch Kartoffeln. Die Kartoffeln auch nicht essen. Ja. Machen wir. Äh. Machen wir das Ding draus. Ähm. 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 Ne. Geht immer von der Kiste weg. Wenn du da nichts machst. So. So. Hier ist noch. Äh. Medizinkiste. Das ist Essen. Da ist. Warte mal. Normalschlässchen raus. Mach das mit dahin. Nein. Äh. Die Hälfte tu ich mal weg. So. Ops. So. So. Ähm. So. So. Das haben wir. 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 Meine Knarre. Meine Munition. Mein Holz. Meine Steine. Okay. Äh. Schatz. Ich mache Essen. Du kannst du gerne essen dann. Ne. Und. So. Gut. Ich denke. Dass wir ein bisschen was geschafft haben. Mal gucken. Wie es weitergeht. Ist alles wegsperren. Und die Punkte mit. Na. Und. Nebelaktion. Ah. Ne. Gut. Okay. So. Ich bin raus. Wie gesagt. Danke. Dass ihr da wart. Dass ihr soweit. Ähm. Mir geholfen habt. So ein bisschen noch geguckt habt. Stream und so. Und ich denke. Ton. Und. Also hier hauptsächlich vom Mikrofon war okay. Spiel ist ja immer so eine Sache. Ob es zu laut. Zu leises. Ne. Und. Naja. Wie gesagt. Gute Nacht. Habt. Ein schönes. Schönes Wochenende. Ich denke mal. Wenn alles klappt. Hören wir uns dann morgen wieder. Oder sehen uns. Wie gesagt. Wenn ihr Bock habt. Ne. Alles klar. Leute. Haut rein. Bis denn dann. zuradtele. Gute Nacht. Adelie. Tschüs tule. Gute Nacht. Schlaf gut. XOD David, du musst dein Mikrofon auch anmachen. So. Noch einmal. Gute Nacht. Schlaf gut. Bye bye. Tschüüü Tschüüüüühr. Schnaube.